So, hallo wieder hier bei Video-Luka von den Löwen zu einer weiteren Folge von Webook Brothers World. Mir fällt gerade auf, wir sind ja immer noch hier. Ach ja, heute ist übrigens der 28.10., der Samstag der 28.10.2017 und es ist 15.22 Uhr. Ja, wir sind hier gestartet, weil ich gestern, also von meinem Zeitraum aus gesehen gestern, einen Livestream machen wollte, der allerdings nicht funktioniert hat, weil mein Computer drei oder viermal abgestürzt ist. Und ja, das ist halt ein bisschen blöd. Und auf jeden Fall sind wir das hier gestartet und ihr seht es auch, ich habe ein neues Texture Pack hier drin. Das ist ein spezielles Harry Potter Texture Pack, Moment mal. Ich nehme mal ganz kurz, ach hier ist ja noch gar nicht viel. Ja, manche Texturen sind nicht vertreten. Und Louis, geh mal von meinen Füßen weg. Weg da. Ab. Ey, pass auf. So. Also das da hier ist ein spezielles Harry Potter Texture Pack, welches ich für eine bestimmte Sache eben drin hatte. Und es sind hier ja immer noch die Kürbisse. Ach stimmt, ja. Ja, 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 stimmt. Ähm, Kürbisse hatten wir ja für das Special gemacht. Und auf jeden Fall, Moment mal, warum ist Fluffy schwarz? Oh, du siehst süß aus. Oh mein Gott, der sieht aus wie Fang. Hey, Fang. Nein, Fluffy. Ähm, was wir in dieser Folge machen werden, wir werden natürlich den Berg weiter abbauen da hinten. Ja, das ist ganz wichtig. Ähm, und ich werde in dieser Abstimmung mal packen, wie ihr denn dieses Texture Pack hier findet. Also, was ihr dann davon haltet, dass es so aussieht, wie es eben, ja, aussieht. Wie gesagt, es ist ein spezielles Harry Potter Texture Pack. Ich kann euch auch später nochmal, wenn ich es nicht vergesse eben, ähm, zeigen, wie meine Kreativ-Frau-Gotts-Welt damit aussieht. Und ja, das könnte ich eben machen. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal, werden wir jetzt mal, hier. Also, ich finde, für WeBuild Potter's World eignet sich dieses Texture Pack hier nicht so wirklich. Sondern eher für eine kreative Hogwarts-Welt, so wie meine kreative Hogwarts-Welt. Weil man damit eben dann auch viel mehr erreichen kann. Also mit diesem Texture Pack im Kreativ-Modus. Jetzt hier im Überlebens-Modus, da kann man leider nicht so viel mit anfangen. Weil das eben, ja, sieht halt schon komisch aus, wenn ich es mal so sage. Deswegen glaube ich, also mir persönlich gefällt es hier in der Überlebens-Modus-Welt nicht so. Aber ich lasse es einfach mal hier für diese Folge drin. Ähm, und für die nächste Folge auch. Und für die nächsten vier Folgen auch, meine ich. Ähm, weil... Ja, weil ich es eben selbst noch ein bisschen sehen möchte. So, jetzt machen wir aber hier mal so. Perfekt. Und... Ja, machen wir zuerst mal hier die Erde weg. Und was auch immer das hier sein soll. So. Und Musik, warum lädst du nicht? Das ist nicht so toll. Wenn du nicht lädst. Nun ja. Auf jeden Fall. Ach ja, und der Mond. Der Mond sieht voll cool aus. Moment, schaut euch den Mond an. Oh mein Gott. Ich liebe diesen Mond. Das ist der geilste Mond, den ich in meinem Leben gesehen habe. Und die Sonne zeige ich euch auch später mal. Oh mein Gott, dieser Mond. Das sieht so cool aus. Ja, ich zeige euch einfach gleich nochmal die Sonne, sobald sie oben ist. Also, sobald sie immer wichtig oben ist. Und, äh, ja. Wie ihr wahrscheinlich hört, habe ich halt üpperte Musik im Moment im Hintergrund. Ähm, und zwar Klaviermusik, weil das kann, glaube ich, nicht, ähm, geclaimed werden, oder wie man das nennt. Also, da kann auf jeden Fall nix passieren, denke ich mal. Ach ja, da kommt schon ein Teil der Sonne hoch. Keine Sorge, nein, die Sonne ist nicht so klein. Die Sonne kommt noch. Das ist wie bei Tatooine in Star Wars. Es gibt zwei Sonnen. So sieht es jedenfalls aus. Aber ich mache das Lied mal ein bisschen leiser hier. Das ist nämlich ein bisschen zu laut. Ach ja, und ich weiß auch jetzt schon, wie ich sehr viele von euch sehr stark nerven kann. Also jedenfalls die Schüler unter euch. Denn ich, ich habe Ferien. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch keine Ferien haben. So, und die nächste Schafe. Ha, so lange habe ich mich jetzt auf die Ferien gefreut. Und jetzt sind sie da. Das ist so toll. Oha, nur noch so wenig muss abgebaut werden. Cool, wir sind ja auf einem richtig guten Weg hier. So, genau. Da seht ihr die Sonne. Das ist wie bei Tatooine in Star Wars, wer es kennt. Eine Sonne und eine zweite Sonne. Ergibt eine Acht, wenn man so drumrum fährt. Und diese Acht bedeutet, ähm, die unendliche Liebe zu Harry Potter. Wenn man das mal so sagen kann. Naja, ähm, ich habe es ja schon erwähnt, ähm, gestern wollte ich eigentlich, also laut meinem Plan, äh, laut meiner Uhr gestern, wollte ich eigentlich ein Stream machen. Allerdings ist mein PC dreimal abgestürzt, wahrscheinlich, weil ich irgendeinen komischen Virus drauf habe. Ähm, da habe ich mal so ein Antivirus-System runtergeladen. Der hat aber nichts gefunden. Deswegen verstehe ich es irgendwie nicht. Ähm, also der hat bloß ein paar kleine Probleme gefunden, aber kein Virus. Und deswegen, das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist irgendwie komisch. Naja, ähm, ja, das wollte ich eigentlich einfach auch nur nochmal ganz kurz sagen. Und, ähm, in Lego Harry Potter sind wir mittlerweile ja schon bei Teil 4 angekommen, habe ich gerade vorhin gesehen. Das ging ziemlich schnell. Allerdings, ähm, werde ich den fünften Teil, also das ist ja in zwei Teile aufgesplittet. Und ich werde den zweiten Teil aber noch nicht anfangen. Also, sobald ich mit dem vierten Teil durch bin, werde ich den fünften Teil noch nicht anfangen. Ähm, also die Jahre 5 bis 7, weil, ähm, am 11. November, also das ist ja bald, am 11. November kommt, ähm, das neue Star Wars Battlefront raus. Und das würde ich sehr gerne mit euch spielen, weil ich, ich bin ein riesen Fan von Star Wars. Star Wars ist bei mir auf Platz 2. Ähm, meine Lieblingsfilme. Ähm, von dem Star Wars Buch habe ich noch nie gehört. Aber auf jeden Fall, von den Lieblingsfilmen her ist es auf Platz 2. Harry Potter, natürlich auf Platz 1. Und, ähm, ja, deswegen, ich würde es mir so oder so holen, deswegen würde ich das ganz gerne mit euch zusammenspielen. Und falls es jemand von euch auch hat und wer sich da ein bisschen besser vielleicht mit auskennt, weil ich habe Battlefront schon sehr lange nicht mehr gespielt. Ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, ja, ähm, der könnte mir auch gerne Tipps reinschreiben, falls ich irgendwas nicht blicke oder falls ich irgendwas nicht verstehe. Das könnte nämlich ziemlich häufig vorkommen. Nun denn. Naja, wir haben jetzt erstmal hier noch diese Schicht zu überwältigen. Ähm, mit der wir auch schon fast durch sind. Und wir haben so viele Steine. Achja, ähm, gestern ist ein, äh, ist die Folge rausgekommen, in der ich die Abstimmung gefragt hatte, ob ich in den nächsten Stream Sandstein farmen sollte. Ja, 50-50. Also 50-50. Ähm, deswegen würde ich sagen, also ich verstehe die Leute nicht, die keinen Sandstein farmen wollen. Ähm, deswegen werde ich Sandstein farmen im nächsten Stream. Da wir den ja vor allem für die große Halle hier brauchen. Ähm, weil mir fällt einfach kein anderer, äh, kein anderes geeignetes, äh, kein anderes geeignetes Material ein, so, jetzt habe ich, ähm, welches man für den Boden verwenden könnte. Ähm, hier in der großen Halle. Und das ist ja auch, ähm, das einzige Material eben hier, ähm, welches wir nur so wenig brauchen. Glaube ich jedenfalls, weil Holz werden wir für die Toge viel brauchen. Äh, Stein. Ja, okay, Stein werden wir wahrscheinlich sehr wenig brauchen. Nein, natürlich nicht. Ähm, Stein werden wir sehr, sehr viel brauchen. Ähm, ansonsten, was gibt's noch? Ja, Holz, Stein, Eisen, aber jetzt an Blöcken. Ach ja, und hellblaue Keramik oder, äh, blaue Keramik. Je nachdem. Äh, da würde es mich auch mal freuen, äh, sollte jemand von euch weißen, wie man das herstellt, an der Bergbank oder sowas. Also, Keramik in irgendeiner Farbe, das ist mir egal, Hauptsache ich habe irgendeine Farbe. Ähm, aber am besten wäre es natürlich blau. Da werde ich dann, falls ich später dann noch dran denke, in meine Kreativwelt gehen und euch zeigen, was denn ich genau für einen Stock mein. Ich persönlich, ich habe schon sehr viel nachgeschaut, wie man das denn herstellt, ähm, aber genau das, was ich brauche, das finde ich einfach irgendwie nicht. Das finde ich irgendwie, ja, voll blöd. Ähm, aber falls jemand von euch das vielleicht weiß, dann wäre das echt nett, wenn ihr mir da irgendwie ein kleines Tutorial schicken könntet. Ähm, über Instagram am besten, ähm, falls mir jemand da noch nicht folgt, ich heiße Luca-Löwe, Luca mit K geschrieben. Ähm, und, ja, da könnt ihr mir, äh, da könnt ihr mir gerne ein Tutorial irgendwie schicken, ähm, oder über WhatsApp, falls, ähm, falls mir jemand zuschaut, der mich über WhatsApp hat. Also, gibt es natürlich auch viele, aber, falls jemand das weiß und mich auf WhatsApp hat, meine ich natürlich, ähm, ja, da wäre ich auf jeden Fall sehr froh darüber. So, jetzt habe ich elf Minuten gequatscht und jetzt weiß ich wieder nicht, was ich sagen kann. Ähm, naja, zum Glück hatten wir ja die Musik hier im Hintergrund, welche hoffentlich nicht ein bisschen zu laut ist. So, dann wird diese Schicht hier auch weg und in dieser Folge werden wir es garantiert noch schaffen, ähm, hier noch die letzten beiden Schichten abzunehmen. Moment mal, ähm, zehn Fenster wollten wir ja haben, stimmt's. Da zähle ich nochmal ganz kurz, ob das denn jetzt wirklich so passt. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, jawohl, das sind zehn Fenster. Passt perfekt. Dann haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jawohl. Achso, nee, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das muss ja hier so sein. Genau. Jetzt stimmt's. Denn, achso, jetzt habe ich ja... Ach komm, ich mach mir mal ganz kurz, ähm... Äh, wo kann ich mir denn jetzt... Oioioioi, das sieht man ja gar nicht. Äh, ach ja. Ach du Gacke, ist das so... Moment mal, hier kann man ja auch gucken. Wie macht man denn Keramik? Keramik, Keramik, Keramik? Ton? Du 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 ja wie sehr wir schon gelernt haben ihn zu hassen das ist echt unfassbar also es gibt tatsächlich Menschen die mögen Lockhart was ich aber überhaupt nicht nachvollziehen kann ja ja guck das meinte ich was ist denn das überhaupt das ist aber nicht Kohle oder Kohleblock sieht so aus hier in diesem Teccha-Pack und deswegen ja keine Ahnung das stört mich halt irgendwie ein bisschen achja wie gesagt wenn man im kreativen Modus baut dann ist dieses Teccha-Pack das geilste was es überhaupt gibt weil es ja extra für Hoggott eben gemacht ist und für Harry Potter aber so für den Überlebensmodus ist es überhaupt nicht geeignet also wenn man nicht gerade zu faul ist sage ich mal um die ganzen Stoffe auswendig zu lernen und ja dann kann man das schon benutzen aber ich bin da ein bisschen faul was das angeht mit auswendig lernen außer es sind irgendwelche Texte also ich liebe es irgendwie Texte auswendig zu lernen gelingen tut es mir zwar nicht aber ich versuche es immer wieder ähm und ja jetzt habe ich den Faden schon wieder verloren so Moment mal sollen diese Strecke Zauberstäben ähneln Ui das sieht aus wie ein Zauberstaat das ist ja cool oder Moment mal einige Scheiße was habe ich denn hier an ich kann sie einfach nicht leiden so machen wir uns mal noch so drei Schaufeln das dürfte denke ich mal genügen so ich mache mir auch gleich drei Spitzhacken dass wir nicht so schnell wieder hierher kommen müssen so so ach ich kann die Olle echt nicht leiden so dann ist das da hier jetzt auch mal so sortiert Moment die Axt macht da nach oben Perfetto Patrono so dann sind wir jetzt hier und machen hier mit der Schaufel mal weiter also ich denke mal eine Folge dürfen wir hier dran noch verschwenden also nach dieser ähm also an diesem Mini Berg hier eben und ähm wenn wir genug Sand jetzt in diesem Stream den ich heute wahrscheinlich machen wird äh Jenny Weasley hatte mich schon gefragt ob heute in den Stream kommt da habe ich gesagt ja wenn mein Computer nicht schon wieder abstürzt dann würde ich das gerne machen und auch der Mond und auch der Mond oh mein Gott ähm und ja da würde ich auf jeden Fall ganz ganz viel Sandstein farben denn diese Fläche die muss ja auch irgendwie ja gefüllt werden und das könnte ziemlich viel Sandstein beanspruchen denn ähm man muss ja den ganzen Sand den wir äh eben farmen äh geteilt durch 4 rechnen da man ja 4 Sand für einen Sandstein braucht das heißt wir müssen das ganze geteilt durch 4 rechnen und dann haben wir die Anzahl der Sandsteine die wir benötigen ähm 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 um diesen Boden zu füllen das heißt wir müssten rein theoretisch wenn wir es ganz genau wollen ähm den ganzen Boden hier abzählen wieviel Steine wir denn benötigen und das dann mal 4 rechnen ähm dann wissen wir wieviel ähm Sand wir brauchen oh Gott ist das ein schönes Lied Moment ich mach den Spielsaunt ein bisschen leiser so auf 20 äh ich hoffe ihr hört's ach die Geräusche gehen mir hier grad auf die Nerven ach die Geräusche gehen mir hier grad auf die Nerven so das ist ähm wenn nudes also nudes gemände zu Tina und Jacob Ciao sagt also adieu auf wiedersehen ähm und in dem Video dazu ist gerade zu sehen ähm wie ja die ganze Geschichte eben nochmal zusammengefasst was die alles erlebt haben in Fantastic Beasts ach ich liebe diesen Film einfach das ist echt ein cooler Film ähm und vor allem man merkt auch richtig ähm dass der Film eben auch von J.K. Rowling gemacht wurde ich finde das merkt man extrem ähm also von J.K. Rowling geschrieben meine ich weil ähm da ist eben immer noch dieses Harry Potter Feeling drin und ich finde es einfach echt toll ich hab den Film aber leider bisher bloß ein einziges Mal angeschaut weil ja ich weiß nicht wenn es darum geht Filme rein zu machen also in die PS4, PS3 oder DVD Player oder was weiß weiß ich was da bin ich immer ein bisschen faul den rein zu machen aber wenn er im Fernseher laufen würde ich würde ihn direkt anschauen den Soundtrack den finde ich irgendwie cool auch aus Fantastic Beasts weil das erinnert einen wirklich so an diese alte Zeit so 1920 rum ungefähr ja in dieser Zeit spanne in dieser Zeit spielt ja ungefähr Fantastic Beasts soweit ich weiß und das erinnert eben richtig daran meiner Meinung nach also ich finde man merkt das in diesem Lied wirklich so damit machen wir jetzt hier noch die zweite Schicht würde ich sagen komplett fertig also die vorletzte Schicht und dann war es das denke ich auch mal genug hier mit dieser Folge und dann werden wir in der nächsten ähm in der nächsten Folge auch mal ja den Sandstein verwenden den wir hoffentlich heute farmen und ähm die letzte Schicht auf jeden Fall auch abnähen und jetzt kommt Alice im Wunderland Moment mal ähm ja machen wir mal A Window To The Past auch einer meiner Lieblings Soundtracks auch einer meiner Lieblings Soundtracks auch einer meiner Lieblings Soundtracks aber mein Liebster ist immer noch When You Need Is Harry also den Soundtrack top bei mir gar nix also den Soundtrack top bei mir gar nix ja ja Ja, also dann gehen wir hier mal wieder rein, ab durch die Mitte und jetzt nehmen wir das Stück hier weg. Und ich muss euch echt mal was verraten, je länger ich hier in diesem Bauprojekt bin, also je mehr wir hier stehen haben, meine ich, desto mehr macht mir das Ganze auch Spaß. Also, am Anfang hatte ich so noch die Bedenken, ach, werde ich es durchziehen, werde ich es nicht durchziehen. Ich habe schon einmal gesagt, ich werde es durchziehen, aber ich war mir noch nicht ganz sicher, ob ich es durchziehen werde. Das bin ich heute noch nicht, zu 100%, aber zu 80% definitiv, wenn nicht sogar 90%. Ist ein großer Unterschied zwischen den beiden, ja, ich weiß, aber so um den Dreh ungefähr. Und, ähm, aber je, je länger ich hier baue und je länger, äh, und je mehr ich hier stehe, desto mehr habe ich die Motivation, hier auch weiterzumachen. Ich finde es so genial. Und dann auch noch die Kommentare, die ich von euch immer bekomme. Unter jeder Folge sehe ich zurzeit Ginny Weasley und Hannah Hufflepuff natürlich auch. Das sind so die zwei Top-Kommentatoren, falls man das so nennt. Ich bin Koate, ich darf mich versprechen. Naja, ihr wisst ja. Äh, ich finde es einfach echt genial. Ich hätte mir es, äh, nie vorstellen können, dass ich überhaupt mal, ähm, mittlerweile habe ich ja 56 Abonnenten, ähm, und dass ich überhaupt mal, Moment, ah, laut, 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 dass ich überhaupt mal irgendwann die 50 Abonnenten erreiche. Ähm, aber, also jetzt zurzeit schätze ich auf keinen Fall, ja, sofort, ich mache hier die Schicht weg, das geht schneller. Ähm, ja, also das Essen ist gleich fertig, das heißt, ich beeile mich jetzt mal hier. Ähm, jetzt habe ich den Faden schon wieder verloren. Ach komm, schon immer muss jemand reinkommen, wenn ich gerade aufnehme. Wisst ihr, ich werde den ganzen Tag in Ruhe gelassen. Nie kommt jemand rein. Aber, sobald ich aufnehme, denkt sich meine ganze, äh, denkt sich das ganze Hause hier, wo ich wohne, komm, stören wir mal den Luca bei seinen Aufnahmen. Das macht uns doch bestimmt Spaß. Ja. Blöd. Naja, aber ich werde jetzt hier die Schicht noch abnehmen, und, äh, dann werde ich essen. Ich hatte nämlich schon ein bisschen Hunger. Was ist das jetzt? Across the Stars. Achso, aus Star Wars 2. Naja, also da das ja hier kein reiner Harry Potter Kanal ist, denke ich mal, kann man das ja auch durchgehen lassen, weil das ist auch ein sehr schöner Soundtrack aus Star Wars. Ähm, in der Szene, in der dieses Lied spielt, Moment, ich mach's mal ein bisschen lauter. In der Szene, in der dieses Lied spielt, ähm, ich hoffe der Name Anakin Skywalker sagt euch was, und ich hoffe der Name Padme Amidala sagt euch was. Ansonsten könnt ihr's gleich vergessen. Auf jeden Fall, Anakin Skywalker ist, äh, der Hauptcharakter der Prequel, ähm, Reihe, also der Vorgeschichte von den eigentlichen Star Wars Filmen. Ähm, und Padme Amidala ist eben eine Königin, deswegen ist auch Prinzessin Leia, das ist ja die Sochter, also, ja, eine Prinzessin eben. Ähm, aber Königin Amidala, also Padme, ist mit Anakin Skywalker eben zusammen. Und im zweiten Teil, ähm, sehen sie sich nach ewigen Jahren wieder, die haben sich am Anfang gar nicht wiedererkannt. Und dann nach einer gewissen Zeit, ähm, ich weiß nicht genau wie lange danach, also nach diesem Wiedersehen, dessen Lied jetzt hier ist, also auf jeden Fall ein paar Wochen oder Monate, ähm, sind sie irgendwo draußen mitten auf dem Feld und da sind so büffelartige Viecher, ähm, auf denen die eben reiten und Quatsch machen und was weiß ich was und unser Inventar ist voll, das ist auch super. Ähm, und auf jeden Fall, ja, Anakin, der ist halt so ein lebenslustiger Typ und deswegen ist er dann absichtlich auf einem, äh, dieser Büffelartige, Wesen eben im Stehen geritten und, ähm, ist dann so runtergesprungen, dass es aussieht, als würde er runterfallen. Und, naja, die Partner, die hat sich dann natürlich ziemlich Sorgen gemacht, ne, um ihren, um ihren Lover. Ähm, und dann rennt sie zu ihm hin. Ja, genau, das ist sogar jetzt hier genau das da hier. Da ist er gerade runtergeflogen, wo es gerade so leiser wurde jetzt. Ähm, und dann zeigt sich Anakin wieder, dass er dann, ähm, nicht wirklich gefallen ist. Er wollte die Amidala bloß verarschen, ähm, und, ja, auf jeden Fall richtig, äh, cool der Soundcheck. So, jetzt gehen wir aber hier mal runter. So, ach, hier haben wir unsere Öfen. Das ist aber auch cool gemacht hier. Gefällt mir auch. Also generell das, ähm, Ganze, das gefällt mir eher nicht so. Was ist jetzt hier so? Ach so, das soll ein Kohleblock sein. Ui, ui, ui. Okay, da machen wir hier gleich mal ein bisschen Nachschub. So. 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 Haben wir noch irgendwo Bruchstein? Dann machen wir so, und... Genau, dann haben wir die Öfen hier auch mal wieder was zu schaffen. Und ich werde jetzt mal hier ganz kurz aus diesen Dings, da bums das hier. Ähm, so machen. Und dann nochmal so. Habe ich nochmal zwei Kohleblöcke. So, dann ganz ehrlich wieder da. Ui, ui, ui. Ja, okay, aber das geht jetzt ein bisschen zu sehr in das Daraus-mäßige. Egal, jetzt für den Rest muss ja keine Musik da sein. Ähm, dann mache ich... Da einen rein. Und da einen rein. Genau, und hier sind ja eh noch genug. Genau, perfekt. Ähm, dann werde ich das Ganze aber in der nächsten Folge sortieren, weil ich komme mit dem Tech-Tapic echt nicht klar. Und ihr werdet wahrscheinlich sowieso alle Nein sagen. Ähm, weil das eben schon ein bisschen komisch hier alles aussieht. Ähm, deswegen werde ich es in der nächsten Folge wieder rausnehmen. Und wie gesagt, äh, falls ihr wisst, wie man denn hellblaue Keramik macht, dann bitte, bitte sagt es mir. Ich werde euch dafür ziemlich dankbar. Ähm, und dann würde ich mal sagen, was ist jetzt hier auch mit der Folge. Ähm, ich versuche jetzt mal hier zu ordnen, alles. An der Seite. Erde, 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 Erde. Peace. Ja, das ging ja doch einfacher als ich dachte. Äh, ja, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann ungern mit einem Daumen nach unten. Und wenn es euch super gefallen hat, dann könntet ihr mir gerne mit einem kostenlosen Abo zeigen, was ihr jetzt hier oben rechts in der Ecke gerne machen könnt. einfach draufklicken. Und verlinken wir auch ganz nett an alle Potterheads da draußen, dass Sie wissen, was für ein Spacko hier noch auf YouTube unterwegs ist. Bis dann. Tschüss und ciao.